Mit einer Kettensäge einen Dachbalken der Nachbarsgarage zerstören. Das soll der ehemalige Nationaltorhüter Jens Lehmann gemacht haben. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach sei die Beweislage eindeutig. Eine Überwachungskamera habe demzufolge alles aufgezeichnet. Skurril daran, der 52-Jährige soll zuvor das Kabel der Kamera bereits abgerissen haben, die soll aber trotzdem weiter aufgezeichnet haben. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Womöglich wird auch geprüft, ob der Ex-Kicker zusätzlich für frühere Beschädigungen an der Garage verantwortlich sein könnte. Lehmann soll den Nachbarn wiederum in der Vergangenheit wegen Sachbeschädigung und Nötigung angezeigt haben. Der Ex-Torhüter sei zudem der Meinung, dass die Garage zum Teil auf seinem Grundstück stehe. Ein Polizist aus Starnberg hat nach Bildinformationen am 27. Juli Fotos von den beschädigten Dachbalken gemacht. Der Ex-Kicker soll dann sogar selbst Anzeige gegen die Polizei gestellt haben. Der Grund, sie habe die Geschehnisse zu Beginn der Woche falsch wiedergegeben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017